Ja, so, wir sollen jetzt das Rattennester ausheben quasi, ja, und er hat das Bike kaputt gemacht, wir haben jetzt hier ein neues, Scheiße, das ist doch kein gottverdachtes Bike. Driften. Tippe Kreis an, während du mit R2 beschleunigst, um zu driften. Gleichzeitiges Drehen und Driften kann sehr nützlich sein, um Korben schneller zu überwinden. Alter. Okay. Brusa, bist du da? Ja, Dick. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem noch zum Nero-Kontrollpunkt, sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, doch nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg. Brusa, nein, nein, du hast Verbrennung in dritten Grades, du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich glaube, ich könnte was gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, ja, klar, ich werd sehen, was ich finde. Ich find schon was. Fentanyl wär nicht schlecht. Das ist er. Der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauch was für Busas Arm. Kampf oder Flucht. Manchmal ist Weglaufen die beste Strategie. Wenn du genug Ausdauer hast, drücke L3, um zu sprinten. Was ist denn das? Ich hör nochmal kurz ab. Wenn du sagst damit. Alter, hab ich den nicht getroffen? Wollt ihr mich verarschen? Scheißdreckz-Zombies, Junge, verpisst euch! Scheißdreckz Spannungsgelade Spannungsgelade Alter, mit diesem Scheißgewehr trifft man überhaupt nichts. Was ist denn da los, ey? Will der mich verarschen? Ich hab die voll getroffen. Meine Fresse! Jetzt mal ohne Scheiß! Puh. Wo kann ich denn diese blöde Nachkampfwaffe eigentlich nehmen? Ah, da. Gut. Mit dem Basie in der Hand gehen wir jetzt mal Rinder. Und dann spielen wir ein bisschen Baseball. Schilder haben wir nicht gesehen. Hier kackt doch einer rum. Nicht immer die Pistole. Warum lässt er das nicht? Das ist schon mal gut, da können wir uns schon mal heilen jetzt. Gucken wir mal an der Polizeiwage. Wir brauchen nämlich Munition. fest verwiegelt. Das war's. Nein, hier nicht. Okay, Axel ist, glaube ich, besser als ein Basie. Bingo, da ist er. Achso, ich dachte, das wäre ein tragbarer Generator gewesen. Ist hier irgendwie... Bekanntschaft, Freundschaft, irgendwas? Nee. Da ist schon mal... Hier ist kein Benzin. Ist auch nix. Da ist Benzin. Ich höre die ganze Zeit hier irgendeinen Typen. Das ist er doch. Digga, du gehst mir auf den Sack, Alter. Nun ist Ruhe hier. Mit dem Rumgekaspare. Oh, da ist noch etwas. Jetzt will ich noch mal mein Moppet tanken. Das ist... Pass auf, wir machen. Wir lassen das mal kurz fallen. Da ist ja noch was drin. Jetzt hole ich mal kurz mein Moppet. Fahre hoch. Und tank das auch nochmal. Ja. Das ist unendlich Benzinfest hin oder was? Das ist ja geil. So. Na los, du Scheißding. Spreng schon an. Ja. Verdammter Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Die Lautsprecher. Wo zur Hölle sind die Lautsprecher? Sterile Verbände. Wo bewahren sie die bloß auf? Ja. Sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück... Jetzt packt er die so ein oder was? Neuroinjektoren. Neuroinjektoren findest du in Neuros, mobilen medizinischen Einheiten, in Neurokontrollpunkten. Neuro, Neuro, Neuro. Du kannst damit dauerhaft deine Gesundheit, Ausdauer und Konzentration erhöhen. Was ist das? Ey, cool. Ausdauer, ich mach erstmal Gesundheit. Gesundheit erhöht. Besser leben mit Chemie. Psychophäe. Ja, sehr gut. Das ist bereit zum Abzug. Ich hab gerade erfahren, unsere ganze Arbeit hier draußen war Zeitverschwendung. Hunderte infizierte Strömen bei Farewell über den Highway. Die halten niemand mehr auf. Die Kontrollpunkte... Äh... Okay, ich komme. Achtung! Halt! Nein, ich hab doch jetzt getötet! Also der Sound kommt jetzt gerade über die... ...über die internen Boxen von dem Controller. Willkommen in meiner Welt, dämlicher Schwachkopf. Oh, die Lautsprecher. Nur zur Hölle sind die Lautsprecher. Oh, die Welt! 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 Markiert und erreicht. Nein, das ist ein Schattenhaus. Ich mache hier einfach... ...er Worte. ...under- und soberositiven Alltag und einen freiherigen... ...worteilig, weil die fährende Sprungstelle... ...eine Gelder-Karte... ...hört die Schubiger-Lose-Karte... ...die Qualität der Nevermind... ...dessen weist ... ...beizermüdungsein... ...verworteil ... Ich leere Hunde. Weißt du, drauf schießen geht nicht. Au. Alter Schwede, das war knapp. Ich finde das mit den Zombies ein bisschen blöd eigentlich, weil normalerweise können Zombies nicht klettern oder Türen öffnen, es sei denn die sind ein bisschen schlauer. Aber nein. Also haben wir noch irgendwas, was wir noch brauchen. Im Endeffekt, nö. Ah ok, von Schrott machen wir das Ding heile, dann schauen wir mal schnell speichern. Das finde ich ganz cool mit dem Schnellspeichern, um ehrlich zu sein. Nee, falsch. St. John, ich spreche Cope. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Dir den Saft abzubringen klingt ziemlich persönlich. Verdammt ihr. Ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten Ihnen wohl nicht. Nicht stehlen, nicht mauten. Ja. Das ging so um die Miene. Sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Hände. Und eins noch. Sie hat anscheinend ein paar Automatikgewehre und Schotflecken. Pass auf dich auf. Scheiße, Cope. Danke für die Info. Ich helfe, wo ich kann. Kurbe Ende. Automatikgewehre. Soll ich mich jetzt erstmal im Leuchtturm? Können wir was bauen, machen, tun? Hey, Boozer. Ich, äh... Ich, äh... Ich hab da so'n Zeug für deinen Arm gefunden. Boozer? Oh, shit. Boozer! Hey! Ja! Woah, woah, woah! Oh, shit! Scheiße, Dick! Fast hätt' ich dich umgeballert. Lass mich ja mal den Arm ansehen, ja? Nein! Oh nein! Lass mich mal den Arm ansehen! Alles gut! Fuck! Fuck! Hey, Dick! Danke, Mann. Das, das wird schon, okay? Das wird wieder. Sie haben sich verpisst. 3000 EP. Ja. Ist doch ein bisschen abgeschlossen. Neue dann. Kubelens Camp. Okay. Vertrauen. Er ist mein Bruder. Ich muss Booster am Leben erhalten. So, was aus guten Patrioten werden kann. Ich weiß nicht, was da stand. Es war zu schnell. Mache das Hinterlandcamp beim Cascade Funkturm ausfindig. Okay, dann machen wir dies. Warum geht der jetzt so langsam? Achso, er speichert. Das ist aber auch irgendwie eine kleine Todesfalle hier, das Ding, oder? Also meines Erachtens. Ah, ein Blatt. Waldlilie. Waldlilie. Also, dass wir das Geld haben, genau. Jo, jetzt nehmen wir das Moped und fahren da mal. Alter, wie viel Tank? Es ist ja krank. So viel verbraucht die Hütte doch gar nicht. Er ist ja krank. Jo, jetzt fahren wir mal dahin und gucken mal, ob wir die da ausfindig machen können. Die sollen bestimmt dann abknallen. Ich finde das immer ein bisschen doof, weißt du, in der Zombie-Apokalypse sollte man sich doch eigentlich versuchen, also die Menschen in deinem Leben zu halten und zu unterstützen. Von daher verstehe ich das nicht, wenn die da alle durchdrehen. Oh. Du hattest mich gesehen, fuck. Hey, keine Sorge, ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich komme, ich komme wieder. Ich komme wieder, keine Frage. Überraschung, Jungs. Ich bin wieder da. Das finde ich cool. Wo war denn der Scheißer gerade? Ja, das ist doch super. Der ist mir direkt in die Arme gelaufen, der Typ. Dann haben wir schon mal ein... Achso, da war noch einer. Ein von zehn. Erledigt. Ähm, E2. Ich brauche den Schalldämpfer. Dann kann ich nicht voll wegblasen. Er war genau hier. Ja, ich schwöre, Mann. Der war genau da, Alter. Genau. Ich schwöre. Verdammt, der ist weg. Der sitzt hier im Gebüschalter und sagt, das kriege ich noch. Ich kann noch mal in die Nähe kommen. Ich komme jetzt mal weiter hierher. Ich will dich kalt machen. Da hängt ein Typ. Nee, das kann ich nicht schmeißen, Alter. Ich brauche einen Stein. Tarnung wiedergewinnen. Hatte ich einen Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu unterbrechen und in Deckung zu gehen. Früher oder später brechen sie die Suche ab. Ja, jetzt habe ich dich. Schnapp sie, los! Ich bin getötet. Er hat sie erwischt. Dann halt so, Alter. Ist mir Latte. Oh, Digga. Das ist nicht nett. Oh! Da oben sitzt er. Woher hat er eine Sternschnuppe? So, noch drei. Der läuft doch. Ich wollte es eigentlich leise machen. Aber, naja. Jetzt habe ich dich. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Molo. Oh, hier. Das ist schön. Das ist doch schön, Alter. Ja, das ist doch schön. Wie lange haben wir jetzt überhaupt noch? Nee, Molly will ich nicht. Ich wollte mal eine Pistole. Hier bist du. Rückzug, ich brauche noch ein Feuer. Oh, die sind noch zu zweit, okay. Hey, du da draußen. Komm raus. Wir haben Essen, Bier. Und Whisky. Und auch Munition. Das kannst du auch alles haben. Was sagst du? Ich sag das, Alter. Headshot. Wir sind von dir angepisst, ne? Rohrbombe. Was denn hier schön ist? Eine AK, die hab ich aber schon, ne? Ja, Mann, da ist mal Munition. Dann laden wir die doch mal nach. Die ist für den Notfall. Der ist der Notfallbomber. So, was hat der hier noch? Dann halten wir uns mal. Und jetzt ziehen wir mal... Ich find das Menü ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. Wie die Pistole. Okay, das muss der Generator sein. Aber das scheint völlig hinüber. Okay. Das sollte reichen. Na, also. Fallen lassen! Wenn du noch Kugeln hättest, wäre ich schon tot, oder? Bitte, Mister. Ich schieß nicht auf Frauen, wenn ich nicht muss. Und? Muss ich? Ich habe nichts. Und ich weiß nicht, wohin. Großer Gott. Ja, aber wir hätten sie doch mitnehmen können. Sie hätte doch irgendwie für uns kochen können, oder so. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker hatten. Achso, wir konnten das vorher nicht einsammeln, weil... Okay, ich hole jetzt mal kurz das Moped. Das muss ich nämlich auch gleich wieder auftanken. Was ist denn heute los, ey? Pizze! Pizze! Gut! Für mich! Okay! Vielen Dank.